Ja, Moin Moin, Herzlich Willkommen beim Porky. Heute möchte ich euch eine kleine App vorstellen, die ich super finde für ETS und ATS. Und zwar heißt sie In-Game Overlay für ETS. ATS nennt sie einfach nur Trucky App. Diese Seite werde ich euch natürlich verlinken. Und zwar könnt ihr das ganze dann hier downloaden. Und denn bei euch auf dem PC bitte installieren. Man sieht hier schon eine kleine Vorschau. Das sind Overlays, die man hier so schön sieht. Oben und unten. Oder ihr könnt die auch an der Seite packen. Da sieht man jetzt eine anderen Weise. Nur mal Schild, ohne Kitsch, alles anzeigen kann. Hier hat man auch noch so ein paar Dinger. Ja, kommen wir mal dazu. Wenn ihr das jetzt, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Ich habe das ja früher auch benutzt. Aber da ging es nur um diesen Overlays. Jetzt kann man sich damit auch Frachten schreiben. Und zwar in Spiegel. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Wie gesagt, leitet euch das runter. Installiert euch das. Wir gehen hier dann mal. Wenn ihr das installiert habt, dann habt ihr hier so eine kleine Icon. Da macht ihr einen Doppelklick drauf. Also ich habe das hier schon mal installiert. Hat doch gleich alles übernommen. Da sieht man hier mein Profil. Ich habe das heute jetzt angelegt. Ich bin noch nicht mal Level 1. Ich habe null Punkte. Okay, dann gehen wir mal zum zweiten Reiter hier. Das ist eine Rangliste. Ich glaube, das ist nur von diesem Trucky Overlay. Da kann man sich aussuchen die Woche, dem Monat, seit Anfang. Da kann man sich da Spiele aussuchen, was und wo. Schon sehr, sehr nice. Dann könnt ihr Achievements hier freischalten. Wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr euch daran ja beteiligen. Tausend Kilometer fahren am einen Stück oder sonst irgendwas. Dafür bekommt ihr besondere Punkte. Dann steigt ihr wahrscheinlich in dieser Rangliste dann wieder auf. Wenn ihr das alles richtig installiert habt, dann könnt ihr natürlich mit dieser Trucky App natürlich auch euer ETS-2 starten in Singleplayer oder den amerikanischen Truck Simulator in Singleplayer oder halt auch gleich den Multiplayer starten. Dann kommt der nächste Reiter Dispatcher. Und zwar kommen wir uns darüber eine Fracht erstellen. Hier sieht man jetzt noch nichts, weil ich noch kein Spiel gestartet habe. Da sieht man die Synchro ist noch nicht da. Ich müsste jetzt das Spiel starten. Kommen wir auf einmal zu der Einstellung. Eine Einstellung könnt ihr alles einstellen, was ihr wollt. Zum Beispiel das Nummernschild verbehren oder sonst was. Öffnen das Spiel in Overlay oder deaktivieren Overlay. Hier könnt ihr den Zeitformat, die Sprache eingeben, was natürlich sehr, sehr nützlich ist, weil es ja in Deutsch ist und und und. Das könnt ihr alles hier einstellen. Lest euch das alles durch. Dann könnt ihr auf Speichern gehen. Der nächste Reiter hier oben wäre Videoaufnahmen. Also ihr könnt während des Spiels kleinere Videoaufnahmen machen oder Bilderchen. Ihr könnt natürlich auch zu den Leuten, die das entwickelt haben, da mit dem Discord verbinden. Das könnt ihr dann auch noch machen. Dann gehen wir hier auf Anpassen. Hier könnt ihr gleich, wenn ich das Spiel starte, ich zeige euch das einmal. Die Farbe des Overlays verändern, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt euer eigenes Logo hinzufügen mit, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Die Schriftart könnt ihr ändern, die Schriftgröße und und und. Wie gesagt, guckt euch da mal durch. Truckers MP Futures gibt es hier auch. Benachrichtigungen von Verkehr, bla 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 bla. Radio und Lautstärke könnt ihr hier auch einstellen. Natürlich gibt es hier auch ein Premium. Dafür müsst ihr dann den Patron, weil diesen Trucker App beitreten. Das muss aber nicht sein, wenn euch die Werbung nicht stört. Dann gibt es hier noch die Schnelltasten. Die solltet ihr euch merken. Weil da kann man Spielinfo zeigen, Hauptinfo, Freunde, die online sind, Serverinformationen, Verkehrsmeldung könnt ihr rausgeben, eine Multiplayer-Live-Map könnt ihr ins Spiel sehen, ihr könnt eine Baustelle melden und 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 und. Aber das Wichtigste ist jetzt, ich wollte euch zeigen, wie man mit diesen Trucker App ganz leicht eine Fracht erstellt, sondern mache ich das mal im Multiplayer, weil viele fahren ja mit im Multiplayer auf die, äh, na, ihr wisst schon, was ich meine. Man fährt im Multiplayer, man hat nie, äh, die selben Frachten und da wäre es eigentlich ganz schön, wenn man sich auf der ProMods, äh, die selben Frachten hätten und dasselbe Ziel. So, wir starten immer Launch, ETS, Tracky App. So, dann loggen wir uns mal ein. Natürlich gehen wir wieder auf der ProMod. Spiel fortsetzen. So, wir sind auf der ProMod 2.51. Sobald die Embarie rauskommt, müsste auch eine neue ProMod rauskommen. Ja, ich habe jetzt mein Lenkrad nicht dran, tut mir leid. So, dann gehen wir einmal ins Spiel. So, da sind wir auch schon ins Spiel. Jetzt seht ihr hier oben links, na, kommt schon, hier oben links, da habt ihr eine kleine Information. Wie gesagt, das könnt ihr euch alles einstellen, wie ihr wollt, in dieser, äh, Tracky App. Und zwar seht ihr damit auf den ProMods, 840 Spiele online sind, ein Freund ist online. Insgesamt spielen 3689 Spiele auf 8 Servern. Hier unten seht ihr noch Informationen zu euren LKW und sonst irgendwas. Ihr fahrt sozusagen 0 km, äh, ihr habt, äh, 1072 Liter von 1500 gehen rein in mein Duff. Damit würde ich jetzt 4.663, 4.663 Kilometer kommen und ich fahre ein Duff XF 105. So, kommen wir zum ersten. Ihr könnt euch Freunde anzeigen und zwar mit Alt und F. Machen wir das mal. Ihr seht, da oben der Patrick, der ist online. Ich glaube, der ist von der DAT, kann das nicht genau sagen. Äh, war das jetzt Alt D, äh, das war jetzt gleich zum, äh, Prachtenschreiben. Ich wollte nochmal auf diesen Freund hier oben klicken. Kann das bitte mal da weggehen? Ja. Ihr könnt ja jetzt auf den Patrick klicken. Der Patrick wird euch hier jetzt angezeigt. Ja, der ist, äh, naja, ne, der ist auf dem Promos in Grünfech, äh, da sieht man sein Steam-Profil, da sieht man das, äh, Truckers-MP-Profil. Und wenn ihr jetzt auf VEV Map klickt, dann seht ihr den Patrick da schon rumfahren. So, das könnt ihr mit allen euren Freunden machen. Ihr könnt das schön verfolgen, wenn ihr wollt. Okay, äh, wir gehen nochmal auf Alt D, dann Alt F, Freunde, wieder weg. Dann könnt ihr euch natürlich die Live-Map-Mail noch anzeigen lassen mit Alt L. Guck, da seid ihr zur Zeit, das Porky steht in Osnabrück. Machen wir das mal wieder weg. Ja, das wäre es, das wäre es eigentlich zugenehm zu dieser, zu dieser Overlay-Sache. Wie gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr. Ja, ihr könnt, wenn ihr ein Abmähn seht, könnt ihr über eine Schnelltaste, könnt ihr, äh, über diese App Bescheid sagen, hört mal zu, da fährt ein Abmähn rum, seid bitte vorsichtig. Aber ich wollte euch ja erst mal zeigen, wie man damit ein, äh, eine Fracht erstellt. Ne, und zwar gehen wir damit hier einmal auf Speichern und Laden. Speichern das Spiel einmal. Wir gehen hier entweder auf neuen Spielstand oder ich nehme hier einen alten. Hier Porky nehme ich heute mal. 10.47 Uhr, wir haben es jetzt, 11 Uhr gleich, das wird aber überschreiben. So, speichern, überschreiben, gut. Dann gehen wir nochmal ins Spiel rein. Drücken Alt D. Dann wird uns dieses Fenster hier geöffnet. Ihr seht ja jetzt, ich habe das Spiel gespeichert um 11.06 Uhr, am 10. Februar. Da wollen wir uns jetzt eine Fracht erstellen. Und zwar stehen wir in, äh, Osnabrück. Ähm, Startfirma können wir uns hier, also hier die Startstadt gibt ihr einen, wo ihr steht. Die Startfirma, nehmen wir mal, äh, was war hier nochmal in der Nähe? Kann sie nicht, glaube ich, ne? Äh, hier gebt ihr die Zielstadt ein. Äh, blablabla, wir fahren mal nach Hannover. Da, suchen uns da eine Zielfirma aus, die könnt ihr euch gerne aussuchen. Ähm, dann könnt ihr euch hier natürlich die Fracht aussuchen, hier unten. Ähm, Glas, Honey, Ice Cream, was steht da gerade? Life, was, Life Lamba, was nennen wir da denn mal? Medizinische Impfstoffe haben wir jetzt nicht. Motor, äh, Unions, Papers. Äh, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Walkmeat, nennen wir mal. Dann könnt ihr euch die Anhängerdefinition hier raus suchen. Aber ich würde das erstmal so lassen. Ihr könnt ja natürlich hier auf, äh, Schwarzmöller gehen oder Single oder sonst irgendwas. Die Anhängerart könnt ihr euch raus suchen. Aber ich würde das so lassen, wie das so steht. Die Drinnlichkeit würde ich auf Normal lassen. Ähm, ja. Ja, wenn ihr das jetzt so fertig habt, hier Start, Firma, Ziel und so, geht ihr einmal auf Lieferung hinzufügen. Dann seht ihr unten schon, ich fahre von Osnabrück nach Hannover, 155 Kilometer. Das hat er jetzt so genommen. Jetzt müsst ihr noch auf Speicherstand anpassen drücken. Da seht ihr oben den grünen Balken, wenn der durchgelaufen ist und gespeichert hat. Wupp. Wieder weg. Könnt ihr dieses Fenster eigentlich wieder schließen? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig mit Alt und G. Nein? Muss ich dann hier drauf drücken? Ja, ich drücke mal auf die Ecke da oben. So, dann gucke ich mal, ob er das selber schon gespeichert hat. Äh, ich glaube, äh, Porkfleisch war das, ne? Äh, wir gehen natürlich mal mit dem Preis. Genau. Äh, Köln, Köln. Jetzt haben wir hier noch nichts mit Hannover. Nein. Nein. Also gehen wir hier erst mal auf Laden und Speichern. Wir drücken hier einmal auf Laden. Dann sehen wir hier schon, wir haben den Spielstand von 11.06 Uhr von Porky von heute. Da klicken wir einmal drauf auf Laden. So, dann lädt das einmal durch. Ich hoffe, das klappt diesmal alles. So, dann gucken wir nochmal nach den Frachtaufträgen. Aufträge. Wupp, und da wird uns der sofort angezeigt. Den müssen wir uns doch nicht mal raussuchen. Ist das nicht Hammer? So, nehmen wir das einmal an. Das Schweinefleisch. 18 Tonnen. Von Osnabrück bis Sonoma ans Navi eingeben. So, ich gebe hier aber mal schnell noch was anderes ein. Weil ja noch mein Controller an ist. Und ich will hier ja nur, äh, nur Tastatur, weil ich ja jetzt mein Lenkrad nicht dran habe. So. Fertig zum Losfahren. Warte mal, da fehlt doch was. Ähm. Alt O. Nein, das war es nicht. Zwischen Alt O könnt ihr nochmal das Ding aufhören. Ähm, Alt D, Alt G. Ah, da unten habe ich es wieder mal ein Overlay drin. Das habe ich jetzt aus Versehen mal weggemacht. So. Fahren wir mal mit einer Transinet, holen unsere Fracht ab. Ah, sieht jetzt ein bisschen komisch aus wie in der Tastatur. Hier können wir auch nochmal was ändern. So, den Turbo. Dann fahrt ihr hier natürlich auf den grünen Punkt, wie gewohnt. Drückt einmal Enter. Drückt einmal auf die Fracht. Wupp. Kann annehmen. Okay. So, jetzt haben wir die Fracht schon wieder dran. und jetzt sehen wir hier unten gleich, ich zeige euch das mal in diesem Overlay, eure Fracht. Wie gesagt, jetzt da vorne habe ich ja schon mal erklärt, ihr habt einen Dach, wie viele Liter hier drin habt, wie viele Kamalierfahrt. Hier unten steht jetzt, wir fahren von Osnabrück, von Transident nach Hannover Bauhaus, Schweinefleisch 18 Tonnen und wir bekommen dafür 5.838 Euro. Also, ich will ja nichts sagen, aber mir gefällt diese App immer besser. Ich kann sie nur empfehlen und wer damit mit Schwierigkeiten hat, mit SPADV Frachtenschreiben oder mit diesem anderen Programm beim Frachtenschreiben, dann lege ich euch diese App ans Herz, probiert sie aus, weil mir es wunderbar funktioniert, wie ihr gerade gesehen habt. Falls ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, einfach kommentieren. So, das wäre es denn jetzt von mir eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Porky. Bye, bye.